Hi, mein Name ist Sebastian. Ich möchte dir heute zeigen, wie du in Acrylglas lästige Kratzer empfehlen kannst und wie du Kanten polieren kannst, sodass du ihnen durchschauen kannst. Ich habe schon so einige Sachen hier auf dem Tisch liegen und die werden wir auch gleich alle verwenden. Acrylglas ist heutzutage überall zu finden, im Auto, im Wohnmobilbereich, im Campingbereich allgemein, beim Motorräder, Windzütscheiben, im Haushaltsgebrauch, also überall finden wir dieses Wundermittel Acrylglas. Und ja, Acrylglas hat bestimmt der eine oder andere schon mal in Hand gehabt, wenn man es öfter benutzt, dann zerkratzt es. Und wie man diese Kratzer entfernen kann, das zeige ich dir in diesem Video. Es gibt schon bereits zwei Videos, da zeige ich dir, wie du Acrylglas zuschneiden kannst und wie du Acrylglas bohren kannst. Und das Ganze ohne, dass es platzt oder ausreißt. Die Videos findest du unten in der Videobeschreibung. Am wichtigsten ist natürlich, dass wir eine ideale Grundvoraussetzung haben, um das Acrylglas zu bearbeiten. Sprich, ihr solltet eine Seitenzange haben, beziehungsweise irgendwie ein Material, wo ihr das Ganze einspannen könnt, wenn ihr beispielsweise die Kanten hier polieren möchtet. Dann ist natürlich eigentlich rein logisch, wenn wir so ein Acrylglas bearbeiten, sollte der Untergrund sauber sein. Das heißt, keine Metallspläne oder dergleichen, denn wenn wir die Oberfläche dann schleifen, dann geht sie auch wieder kaputt. So, hier haben wir wunderbar eine Kante. Und ich würde sagen, die bearbeiten wir als allererste, damit ihr mal wisst, wie das ganze Grundprinzip funktioniert. Von vornherein, wenn du jetzt nicht die Möglichkeiten hast, wie ich jetzt hier eine Werkstatt zur Verfügung hast, Schleifgeräte und so weiter und so fort, was gleich im Anschluss folgen wird, und du vielleicht nur kleinere Sachen schleifen möchtest, dann kann ich dir dieses Acryl-Kratzer-Entfernungs-Set empfehlen von Presto. Dort ist alles mit dabei, eine Polierpaste, Schleifpapier und auch eine genaue Anleitung. Und hier hinten sehen wir auch nochmal, das ist genau der Einsatzbereich, wofür wir das Ganze benötigen. Und für diejenigen, darüber gibt es auch ein extra Video, ist schon ein bisschen älter, das werde ich dir mal hier oben verlinken, Scheinwerferaufbereitungsset. Viele Scheinwerfer bestehen heute aus Kunststoff. Besser gesagt, die Scheibe, die ist nicht mehr aus Glas wie früher, sondern aus Kunststoff. Und die wird mit der Zeit ein bisschen matt oder kann anlaufen. Und das kannst du damit wunderbar beheben. Werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung hinzufügen. Wie ihr sehen könnt, ist diese Kante sägerau. Und so bekommt ihr auch Acryl-Glas im Handel. Sprich, wenn ihr euch jetzt ganze Platten bestellt, diese hier ist zum Beispiel vom Plattenzuschnitt24. Das ist mein Plattenlieferant. Dort bekommt ihr auch andere Sachen außer Acryl-Glas, beispielsweise Zylinder außer Acryl-Glas oder Plattenwerkstoffe wie Multiplex, wie Spanplatte, wie Siegdruckplatte und so weiter und so fort. Einen passenden Rabattcode findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kannst du nochmal ein bisschen sparen, wenn du dort bestellen möchtest. So, das ist wie gesagt der Sägeschnitt. Und den möchten wir jetzt so machen, wie das Stück hier. Übrigens ist das hier auch vom Plattenzuschnitt24. Das habe ich mir mal fräsen lassen dort, beziehungsweise lasern lassen. Und schaut euch mal die Kante an. Da kann ich quasi bis zur anderen Seite hindurch schauen. Und so möchten wir das auch machen. Ist natürlich ein bisschen mit Arbeit verbunden, denn das Ganze muss jetzt geschliffen werden. Besser gesagt, wir müssen erstmal jetzt versuchen, das Ganze, die Sägeschnitte in einer Fläche, in einer Ebene zu bekommen, zu begradigen. Und dafür nehme ich mir ganz, ganz gerne eine Abziehklinge, eine Ziehklinge, besser gesagt. Die verwendet man im Möbelbau, um irgendwie Leimreste, um Holz abzuziehen. Eine ganz, ganz feine Schicht Holz abzuziehen. So eine Art wie ein Hobel funktioniert das Ganze. Und das Ganze könnt ihr auch bei Kunststoff, besser gesagt bei Acrylglas, verwenden. Sprich, wir ziehen jetzt hier diese Fläche erstmal mehrmals ab und schauen, wie die Oberfläche sich dann verändert. Ich habe jetzt zweimal abgezogen. Und man kann schon sehen, dass die Klinge, die Sägeschnitte entfernt, das Ganze schon etwas matter und klarer aussieht. Im Anschluss geht es natürlich los mit Schleifpapier. Wir müssen das Ganze schleifen. Das System ist ziemlich simpel. Wir gehen von einem ganz, ganz groben Schleifpapier aus. Also ich würde jetzt hier empfehlen, mit einer 180er Körnung, dann weiter zu einer 220er. Und dann weiter. Es gibt hier so ein Set beispielsweise. Das habe ich mir jetzt bestellt. Das geht dann weiter mit 320. Dann haben wir hier 600er, 800er, 1.200er, 1.500er und 2.000er. Und wenn wir uns das mal anschauen, sieht das Ganze so aus. Also es wird immer, immer feiner. Und dementsprechend wird die Oberfläche auch immer, immer feiner. Und besser gesagt glatter dann. Und am Ende könnt ihr, wenn ihr im 1000er-Bereich kommt, ihr könnt natürlich auch schon mit den 300er anfangen und das Ganze nass schleifen. Wenn ihr das in Verbindung mit Wasser dann schleift, dann kommt ihr viel, viel schneller zum Ergebnis und das Ganze wird viel, viel klarer. Um das Ganze jetzt zu schleifen, verwende ich einen Exzenter-Schleifer. Das ist hier ein neues Gerät bei mir, 12 Volt. Sprich, ich habe oder habe schon seit Jahren einen Akkuschrauber, besser gesagt zwei, eine Oberfräse bzw. einen Handtrimmer, Akkulampen und so weiter und so fort. Darüber gibt es dann auch nochmal ein extra Video. Und das Tolle an diesem Schleifer hier, ihr könnt die Drehzahl regulieren. Ich werde das Ganze erstmal jetzt trockenschleifen. Und zur Abwechslung nehme ich jetzt mein Schleifpad. Damit könnt ihr natürlich ein bisschen mehr Druck erzielen. Und ihr werdet ziemlich schnell merken, dass sich das Schleifpapier ganz schnell zusetzt. Das findet ihr natürlich auch, wenn ihr das Ganze mit Wasser schleift. Ihr braucht gar nicht viel Wasser nähen, so ein bisschen Wasser auf so einem Poliertuch, das reicht. Jetzt schlucht die Fläche mal ein bisschen befeuchten. Und dann können wir schon sehen, dass wir schon durchschauen können. Wie ihr schleift, das ist quasi egal. Ihr könnt natürlich jetzt so schleifen oder in Kreise Bewegungen machen. Das ist jetzt bei einer Kante, ist das egal. Wenn ihr nachher eine Fläche schleift, da solltet ihr schon in kreisenden Bewegungen das Ganze schleifen. So, und jetzt verwenden wir ein 2000er Blatt, sprich das vorletzte und ich nehme jetzt den Exzenterschleifer, um die ganze Wirkung zu beschleunigen. Und den letzten Schliff, beziehungsweise die Feinpolitur, die machen wir jetzt mit einem Lammfell oder einem Fell. Die gibt es auch in Klett, könnt ihr euch auf dem Exzenter drauf machen oder beziehungsweise per Handschleifer. Gibt es aber auch für den Winkelschleifer oder für die Poliermaschine, wenn ihr jetzt beispielsweise das Auto polieren möchtet. Das Ganze wird auch aufgesetzt. Und dann nehmt ihr Polierpaste. Ihr könnt alternativ auch Zahnpasta nehmen. Natürlich jetzt nicht die Grobkörnige, wo kleine Salzstückchen drin sind, sondern wirklich so eine feine Zahnpasta. Und dann könnt ihr das Ganze richtig schön polieren. Natürlich aufpassen, beim ersten Mal spritzt das ein bisschen. Wahnsinn. Der letzte Arbeitsgang habe ich natürlich nicht ganz richtig gemacht. Es kommt natürlich darauf an, was für Ansprüche ihr habt. Sprich, wenn ich jetzt mit einem Exzenterschleifer hier raufgehe, schleife die Kanten natürlich rund. Und wenn das nicht erwünscht ist, empfehle ich euch das Ganze per Hand zu machen. Da habt ihr viel, viel mehr Gefühl drin. So, und um euch zu zeigen, dass ich natürlich nicht rumgesponnen habe, ziehen wir jetzt mal eine Schutzfolie ab und machen jetzt mal hier Kratzer rein. Jetzt will ich natürlich überlegen, wie wir die Kratzer reinmachen. Ich nehme jetzt mal einen Stecher. Natürlich machen wir so eine natürliche Kratzform. Warum ist es nicht so tiefe von Millimeter oder sowas. Das wäre ein bisschen unrealistisch. Damit ihr mir auch glaubt, dass ich nicht lüge. Ihr könnt jetzt hier so ein paar kleine Kratzer sehen. Ich hoffe, ihr erkennt das. Das ist ein bisschen die Polierpaste zu sehen. Und hier ist die geschliffene Kante von mir. So, und jetzt schleifen wir die Kratzer heraus. Und es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ihr wieder eine dementsprechende Unterlage habt, damit ihr euch das Ganze nicht zerkratzt. Wir fangen jetzt hier mit einer 220er Körnung an. Und mit dieser matten Oberfläche haben wir quasi die komplette Oberfläche zerkratzt. Natürlich ganz, ganz fein. Und somit auch die groben Kratzer, die ich gerade mit dem Stechasen hinzugefügt habe, entfernt. Jetzt wischen wir das Ganze mal ab und kontrollieren das mal. Genau, ich sehe jetzt keinen Kratzer mehr. Man kann auch mal rüberfühlen. Ne, sind weg. Jetzt können wir auch mit der nächsten Körnung anfangen. Und wir arbeiten uns wieder hoch bis 1500. Zwischendurch ist auch mal wichtig, dass ihr quasi die ganze Fläche säubert. Denn hier entsteht ja logischerweise Schleifstaub. Und wenn der die ganze Zeit draufbleiben würde, dann würden wir den groben Schleifstaub, den wir anfangs produziert haben, wiederverwenden. Und der fungiert natürlich auch dann als Schleifmittel. Und der ganze Prozess würde umso länger dauern. So, im letzten Schritt säubern wir nochmal die Oberfläche und ja, wir können quasi schon wieder hindurchschauen. Unten befindet sich natürlich viel, viel Wasser. So, und jetzt polieren wir das Ganze. Am besten nimmt man einen Baumwolltuch oder sowas in der Art. Und kein grobes Papier, das liegt nämlich oder fungiert auch wieder wie Schleifpapier. Aber, und man kann wieder hindurchgucken. Ich wette, dass das jetzt mit Säuber habe ich mir schnell geholt. Das wir sauber wischen, damit ihr mal einen direkten Vergleich habt. Natürlich sind jetzt hier so ein paar Staubflecken, ne? Die dürft ihr jetzt nicht beachten. Aber schaut euch mal die geile Oberfläche an. Ich sehe hier keinen Kratzer mehr. Also das ist richtig, richtig gut geworden, das Ergebnis. Also ich bin echt überrascht. Im Übrigen eine Ziehklinge, wenn ihr keine habt, dann könnt ihr auch ein Cuttermesser nehmen. Damit könnt ihr auch wunderbar die Kanten abziehen. Ich würde erst mit dem Messerrücken anfangen und dann mit der Klinge. Aber vorsichtig, nicht abrutschen und euch verletzen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Alle Produkte, die ich jetzt hier verwendet habe, Schleifpapier, Polierpaste und so weiter und so fort. Und die beiden Tools hier, die ich auch auf jeden Fall empfehlen kann. Das habe ich ausprobiert, funktioniert wirklich und spart euch wirklich eine Menge Geld. Und das hier ist natürlich für die Leute, die keine Flächen polieren wollen, sondern beispielsweise eine Windschutzscheibe vom Motorrad oder Wohnwagenfenster. Die sind ja so gleich gekrümmt oder gebogen. Und da könnt ihr oder kommt ihr am besten mit der Hand am schnellsten voran. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Schau, euer Sebastian oder Mist dein Werk.